ETA, Cunning, Stunz, heute mit Anders, Higo, Krabs, Gunnar, Mike Maros, McFly, Nils und Glatzen als Player. Malzut. Hallo. Der Glatzen als Player. Einfach wie viele Daumen dieser Kommentar gekriegt hat. Alter Schaap, Mensch! Fängt schon mal direkt gut an hier. Glatzen, McFly. Ja, super. Das Rennen ist gelaufen. Alle sind gecrashed hier. Nein, nein, nicht alle. Oh, ihr Penner. Was? Anne, ich hab dich doch auch gesehen, wie du einen Unfall gebaut hast. Ach, Manos, du! Scheiße, Dien, sag doch, dass das gerade nach unten geht. Wo bist du hingefahren? What? Oh, 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 shit, oh nein. Du bist doch nicht weg. Der kriegt den Drang. Mit ein Fricks mit dir. Oh, shit. Das ist ja ewig, Alter. Ich weiß, nein, du nicht. Nee, nee, jetzt machen wir's nicht. Ich wollte einfach nur überholen. Okay, okay. Aber die Strecke ist echt ewig, Leute. Das ist krass. Richtig schön Speed. Was ist denn da los? Das reicht nicht. Wie steuert man sein Auto noch mal in der Luft? Steuerung, Schiff. Holy shit, was ist das für eine Strecke? Ich schieße, ey. Oh, fuck you. Holy shit. Das ist nicht geil. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Das ist eine geile Strecke, ey. Oh, oh, oh. Die ist schon Geschwindigkeit, ne? Das fällt irgendwie. Nein. Mensch, du dreckiger Hurenbock. Und es geht noch schneller. Ja, oh, 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 oh. Hui. Oh, 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 oh. Wir hätten so'n schönes Rennen gehabt. Ich hab mich wieder an die Spitze des Rennens gesetzt. Aber nein, ich hab ne Manus wieder. Das dauert denn. Ach, Anne, du wirst ja mit Mehrmann spielen auch besser. Aber ich würd dir empfehlen, vielleicht mal Controller zu holen. Ich hätte eines Tages werde ich doch besser reden, Paradell. Oder? Anne, ich den Controller zu holen. Dann bist du wieder mittendrin in der Action. Dann muss ich ja erst mal Controller lernen. Dann muss ich zwei Sachen gleichzeitig lernen. Du drückst den rechten Finger runter. Wir haben es schon ganz schön. Das ist schon ganz schön. Wie alt wart ihr, als ihr das gelernt habt? Ja gut, bei dir ist das aber noch nicht lange her. Ja eben. Bei mir war die Technik ja schon alt. Das ist doch keiner. Wenn wenigstens einer von euch zurückfallen würde, könnte ich mit dem Windschatten nehmen. Ich geh recht nicht. Ach du Scheiße. Okay, das versteh ich mal nicht. Es gibt einen Ort, wenn du dich da drehst, kannst du nicht mehr fahren. Ist der Sprung krass. Der Sprung ist mehr wie krass. Oh nein, ein Berg, ein Berg. Das ist total. Oh nein. Oh nein. Cops, ich geh weg, links an dir vorbei. Loll, das ist Ziel. Und dann hast du Windschatten hier. Und dann schnappern. Fuck. Was ein Sprung, ey. Was ein Sprung. Oh my fucking God. Krass. Nein, das ist Ziel. Scheiße. Ich fliege viel zu hoch. Wer fliegt da an der Seite denn noch? Ich lande auf dem Felsen. Oh, kannst du das fehlen? Noch nicht. Nice. Nachdem Manus da so ne Kacke gemacht hat, gewinnt der auch noch. Keine Ruhe. Hä, eine Ruhe noch? Ja, ja, das ist bloß. Das waren 10 Kilometer. Ich hab nicht. Oh, keine Ruhe. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich explodier. Oh. Ja, ja. Wer ist wirklich da ein bisschen geworden, Shigo? Ich hab 5 da. Das will ich doch sehen. Alter, Sprung ist auf der Hammer, Kundrat, oder? Oh, Kundrat, was machst du da? Das ist doch nicht gut. Oder? Ne, Anna hat ein anderes Auto genommen. Oh, noch drin. Wasted. Oh, guck dir den Fünge Feuerball an. Aber die eigene Exklusion, ey. So ein Feuerball, Junge. So ein Feuerball. Oh, jetzt darf sie nicht nochmal springen. Weißt du, wie viel Mana so ein Feuerball kostet? Ne. Ich will für den Fünge Feuerball. Oh, Mann, oh. Das war eine krasse Rennfahrt. Das war wirklich krass. Das hat Spaß gemacht. Das war wieder eins von den Neuen. Also, die haben jetzt wieder 5 neue Strecken rausgebracht die Woche. Uh. Bin ich noch dritter geworden? Hast du mich noch überholt gerade? Ja, ich hab dich noch überholt. Du bist ja schon heute lange alt. Ich hab mich noch nicht vorbeigezogen. Äh, unkugelt. Ah, ne. Das ist ja real getreu. Wie im Real Life, ja. Aber im Real Life esse ich die immer noch. Hä? Boah, geht das? Aber guck mal. Ich hatte auch die Tyros, obwohl ich das ausgewählt hab. Ja, klar. Ihr habt damit angefangen. Aha, hier die Frauen schummeln wieder. Die Frauen, die Frauen wieder. Die Frauen, die Frauen wieder. Habe ich nicht. Nein. Das ist ein Traum. Sieht man in der Aufnahme? Ich zitiere Early Boy. Ja. 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 Stimmt das jetzt. Und Leute, das abusen wir. Aber sowas von. Bringt uns auch so viel diesen Layers joining. Please wait. Moment, ihr seid noch nicht in der Lobby? Ne. Zwei noch nicht. Anne noch nicht. Und McFly noch nicht. Ich wusste ja nicht, dass man manuell fortfandrücken musste. Ah. Please radio off. Nein. Das kann auch jeder selber machen. Anne sucht das Auto aus. Anne schnell. Was? Dann X80 Proto. Oh nein. Okay. Hast du auch den X80 Proto genommen? Ja. Das wäre sehr wichtig. Oh, welche Farbe? Welche Farbe? Scheiße. Natürlich braun. Die Farbe ist jetzt eine schwere Eisweiß. Mit braun ist man schneller am Abend. Nein. Der beste Lack ist immer noch der weiße. Ja, weil kein Lack. Rot ist schneller. Roter Farber. Aber ich habe den roten schon genommen. Ja, dann kriegt den einer nicht. Ich habe Rot. Nein. Okay, ich habe Rot. Damit ich den Gegnern Angst mache. Oh Gott, was ist das für eine Strecke? Oh, ich habe ein blaues Auge. Nein, wette. Und im Spiel auch. Das war richtig lustlos da. Das war genau. Weil es so langweilig ist immer Erster zu werden. Aber du warst doch gar nicht Erster. Bis einer geschummelt hat. Ja. Geschummelt. Ich glaube, entweder kennen wir die. Die kennen wir glaube ich schon. Das ist deine Strecke, Crabs. Und du formst Ziel in der... Weg. Links ist schneller der Lügner. Nein, links war wirklich nicht. Nein. Lass ab. Sag sie. Mensch, du Bock, du elendes Drecksviel. Das Geile ist immer der Anfang. Sack. Ja. Was machst du denn? Hallo, hau ab. Hau ab. Danke. Scheiben sind kaputt. Ich bin kaputt. Hi, Iben. Jetzt kommen die langsamen... Oh, was? Da wurde einer im Looping erwischt. Im Looping. Oh nein. An dieser doofen Kreuzung. Aber wie setze ich mich zurück? Der Y mit Drücktheit. Mit Controller. Mit Tastatur F. Wieso bin ich Dritter? Ich bin selbst da. Ja, frage ich mich auch. Ist Manus schon wieder Erster? Nein, ist er nicht. Nein, dank Kundran bin ich's nicht. Hä? Du hast mich... Weiter. Oh, diese Steuerung in der Luft ist... Du hast mich verunfallen. Ja, irgendwie kann ich die Schnauze nie nach links und rechts drehen. Aber sonst geht... Nach links und... Nein. Du hast mich weiter gefahren. Kann's aber ich. Ach, da am Anfang, als du einfach rübergezogen hast. Ich bin gar ausgefahren. Das... Ne Nils, bevor der Crash kommt! Nils, der Crash kommt! Das ist... Jetzt kannst du mich gleich wieder überholen und so. Wo ist Eck dran gesammelt? Das ist krass. Das ist aber auch gut. Das ist wichtig. Ja, ja. Ich hab' ein grünes Auto. Warte, wo geht's lang? Ich bin orientierungslos. Oh Gott, bitte nicht. Irgendwie kriegt ein Ding ab dem Ramm. Lol, hinter mir ist irgendwas explodiert. Oh, meine Winnischkeit. Ich hab' grad explodiert. Ich hab' dich nicht gelacht. Ja, alles gut. Wenn du mich hier gerammt hättest, hätt' mir beiget. Wär's so weg gewesen. Oh Mann. Geht ja auch funktioniert nicht mehr. Vor dir, mein Freund! Vor dir! Oh, das war's von Craps. No. Das war's von Craps. Danke, das war's von Craps. Nein, 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 nein. Oh shit! Ich konnte ja eh nicht aufnehmen. Wer stand denn hier grad auf der Straße? Oh Nils, das ist jetzt kacke. Nils, das ist kacke! Das ist überhaupt nicht kacke. Mach dir nicht ins Hemd, Mann. Du wärst ja weg gewesen. Und jetzt Abmarsch. Sorry. Komm schon, komm schon. Oh, da ist Chico. Ja, weiter. Wenn man vorne ist und verteidigen muss, darfst du noch einmal auf die Seite bezahlen. Oh scheiße, nein! Lol. Das hat mich wieder in Halle bringen. Platz 8, Insta. Ja, da ist Chico. Hallo, Chico. Ja, sag ich doch. Oh, ich bin dritter, Chico. Wir sehen uns. Was steht das jetzt schon wieder? Wie hab ich mich jetzt gedreht? Kann man hier auch rüber springen? An der Rampe nach links? Das wird auch gehen. Ey, jetzt bei Bobo, das könnt ihr mal warten da vorn. Halt's Maul. Oh, da landet der wieder. Aber ich bin hier langsamer. Hier holst du locker auf. Sehen, bevor die Crasher kommen. Oh, da vorn seid ihr ja. Davon? Muss ich ihn sehen. Ist jemand rausgeflogen? Crapst. Ah, ok. Ich hab mich schon gewundert, dass ich nicht mehr letzter bin. Oh nein, ich bin wieder. Aber bist du ja dann eigentlich. Ja, bin ich ja eigentlich. Die hast du besser genommen. Das war nicht schlecht. Oh, ok. Oh, ihr seid ja schon rum. Oh, lol. Ihr seid echt weit weg. Jetzt hört ihr auf euch. Oh, ich höre auf. Ich höre auf. Oh, oh. Ich crasht. Ich glaube, ich lande auf deinem Auto. Ich bin zur Seite gezogen. Mist. Eine neue schnellste Runde. Wow. Wer denn? Was an erworben? Neue persönliche Bestleistung. Persönliche Bestleistung. Man muss ja die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Ja. Oh, oh. Ich seh den Schatten. Wie sie sich davon, ey. Gegenseitig einfach weg. Ey, das ist so arm. Wir fahren ein gutes Rennen. Es ist so arm. Ganz natürlich im Windschatten. Du kannst auch mal aufholen. Zwei. Angst zu verlieren haben die. Dann kommst du eine Million rausfahren, joh. Aber wenn du wünschst... Ja, aber okay. Dann ist aber... Am Anfang Crash hat halt verloren. Ja, richtig. Ja, super. Danke, Kuntra. Das geht, ne? Diese Kameraführung bist du am Anfang. Ja, du kannst es am Anfang. Ja, man kann auch auf Ego... Ja, aber dann wäre es halt geiler, wenn du so 30 Runden einstellst. Oh Gott. Dann hast du doch den Schoss. Oh, hast du gebremst? Oh, wer kommt da geflogen? Oh, Schiff, ich fliege so weit. Ich hab mich nämlich gerade ein bisschen... Ja. Komm, lass mal versuchen die zwei zu kriegen davon. Das will ich sehen, ey. Wie viele Runden haben wir? Drei. Und wir sind jetzt in Runde drei. What the fuck? Jetzt schon? Jetzt. Was? Der kommt vor allem? War das nicht letztes Mal zwei? Nee, nee. Drei. So. Ah, nein, ja. Naja, die fahrt ihr jetzt erst durch den Looping da, oder? Magnanus. Ist er noch Runde eins? Ach, komm. Da fliegt einer und da fällt einem Looping. Das sieht so geil aus. Dann landet er. Und... Ah, scheiße. Ist das dein Ernst? Ist das ein Vorteil? Ja, so viel zum... Wir arbeiten hier zusammen. Da sagst er mir auch grad nicht. Ja. Ach nein! Der ist eigentlich fast fünf. Ah, gut. Der da vorne ist. Pack! Ach, komm, Mann. Wieso ist denn dieser... What the fuck? Seh schon wieder die coolen Tipps in den Kommentaren. Du musst das so machen! Anne, wenn man sich deine Videos anguckt, ist das aber auch so ein bisschen so wie bei Elders React Videos. Wenn die Mangle-Klatsch kommt. Das ist böse. Du stehst auf meiner Liste, Nils. Ja, Abflussliste. Auf meiner Boxliste. Ganz weit oben. Oh! Die Boxliste. Der hat nichts gemacht. Nein, warum denn schon wieder drehen? Nein, warum denn schon wieder drehen? Jetzt stell mich eine. Ich glaube, ich habe einen Platten. Obwohl, Nils ist schon eigentlich... Den muss man schon eigentlich so in den Oberarm so zwicken. So muss es wehtun, so richtig. Wenn er nicht damit rechnet. Bei Nils zwicken, ey. Wie männlich. Aber Nils ist aber... Ja, aber ich bin... Ich kann nicht mehr... Ich weiß, Gott, recht. Was aber, dass du nicht crasht. Ich komme nicht rein in den Looping! Ich crash nicht. Oh, damn! Das war... Das könnte es gewesen sein, ja. Da hat mich beinah jemand aus dem Looping geraucht, ey. Das habe ich gesehen. Dafür ist die Strecke einfach nicht mehr lang genug. Sagst du, müsste es gewesen sein fast. Das macht ihr gerne, ja? Mit Vorliebe. Sagt ihr. Sagt sie, die am ersten Rennen nicht aus dem Arsch kommt und mich blockiert. Am allerersten Rennen? Ja, da hast du Gas und Bremse verwechselt. Nein, Chigo! Bist du bescheuert, du! Passt doch nicht mal in den Tassen im Schrank! Oh, da hinten ist was los. Viele Tote. Wer hat das mal gemacht, ey? Chigo! Wer hat in der Luft gerammt? Chigo hat mich auch in der Luft, ey. In der Luft gerammt, das ist ja die Wiese. Ich hab dich überholt und du wolltest es nicht zulassen. Du hast mich weggerammt beim Looping holen. Jaja, so schon. Das ist doch gleich wahr. Jaja, okay, jetzt bist du weg. Jaja, so granja! Ich war nochmal ran gekommen. Ich wär jetzt aufgesprungen. Gib mir deinen Fincher! Du gehörst du gut oder so? Nee, nee, geht ja gar nicht. Du musst dir die Checkpoints einsammeln. Wie soll man bei so ner Kamerapulierung steuern? Ganz ehrlich. Im Looping musst du gar nicht steuern. Einfach nur grad planen. Nein, aber diese Rampe ist gelb. Da dreht sich die Kamera immer so, dass ich mich von vorne sehe. Wie soll ich das steuern? Hä? An allen Stellen, wo du so ne Situationen hast, musst du nur gerade ausfahren. Nicht weil das Spiel das automatisch macht, sondern einfach weil das alle Stellen sind, wo es einfach rausgehebt. Ich hab mich wieder richtig gedreht. Jaja, scheinbar nicht. War leicht langsam. Pech, geil. Grüß, Maxi. Ja, da hast du als Sachse dir geholfen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Mann. Oh, Mann. Dass das Wechsel zwischen den Spielern immer so lange dauert. Oh, Julio. Beim Umschalten. Dein ich so erzählen? Das hört so toll aus. Nils und ich? Ja. Ich bin auch in der Röhre. Shit, ey. Die Röhren sind auch tückisch, ey. Ja, so richtig tückisch. Oh, ey. Tückisch. Sachse, 20 Sekunden. Ich glaub das geht. Das wird auch noch gelingen. Oder? Oh, das ist so schwer einzuschätzen. Oh, das. Oh, das. Ich glaub du wirst vorm Ziel stehen bleiben. Das ist doch schon hier vorne. Oh, oh, oh. Drei, zwei, eins. Gibt's Ziel. Okay, klar. Ach, Mann. Ich hab's fast geschafft. Maxi Schulzer. Einfach nur für Terror. Einen Sprung versaut und das Rennen war vorbei. 20.000 Cash. Oh, ja. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ich. Wer wohl. Ja geil, Geld verloren. Nächsten Part wird das anders aussehen. Ja, klar Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut mal vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.